was ist noch weit abgewiesen bekennt donald welcher so leid ja aber ich habe jetzt ansport ist noch dass ich habe gedacht dass der luftschutz oder vielleicht nein bullshit ist nicht gepäußt was hat mein fleisch gepäußt durch die personen so was wir mit den kämpfen ich gar nicht schon wer kämpfe ich schon mal gegen huck zwei mal miteinander welche treffsicherheit hast du damit 90 2 mal daneben das klingt nach himmel hallo aber die hat mich so angeguckt so das würde sie meinen absol sehen wollen die hätte ich so angeschaut und dann dachtest du so okay die brauchen richtig nein wir brauchte zuhälter stelle ich bin ja ihr zuhälter und es ist kein charakter ist es greck nein mit einer menge von gregory ich heiße ab wenn der bildschirche und schneller wieso heißt du bete petri leute hatten mischt ihm aus unseren teams hatten ab so lehrten flyer der hatten gold tag der peter ist aber er hat junger hat spuk ihn an ja stimmt ob kann er das muss noch tief kommen ja ich habe mein arm ist nass so dann kann ich jetzt gleich mal aufnehmen das macht keinen spaß pass auf gleich kommt skepte hat mit gleich fliegt schon wer mit seinem fahrrad durch gegen wenn er die folge beginnt pass auf gleich passiert gleich spuckt da zahlen ach so du willst doch die zahlen spuckt ja natürlich warte die anderen drauf ok 1 2 4 der war falsch fängt mit 3 an ok 3 2 3 7 warte hast du die arena schon gemacht ich guck grad das ist die sechste nein ja für diese komische flügel flugord da habe ich sie schon ja komm billy auf ein magical advent schon mehr schon mehr schon mehr ja 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 du hast hehehe was hehehe es ist nix du bist grad nur ein bisschen out of bounds du wolltest speedrun tags machen ja klar ich will das spiel doch speedrun dann im agdq wo dann nächstes jahr irgendwann früher kommt ok du kennst agdq nicht wat Cole ich bitch slap dich gleich komm du her komm du her komm du her du hast dich schon alle besiegt du ja ich bin ich bin von moosbach city hierher gesurft und hinher gelaufen sondern um du bist so du bist jörg ine was Diese vielleicht nicht vor so wird harijama eine kong deine tue machen was ich habe ungefähr für die hat das die kielfall presse achelle ja auch ok 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 kenne main einfach finde ich darin den sil further ist schneller und kann wahrscheinlich donnerblitz der mich schon wenn du hast doch gesagt sie ist alles ja aber die darf nicht so weit gucken ich sehe warte ich stelle es mal um dass die leute sehen was ich meine oder was natürlich kriege ich im früß damit kommen jetzt erst mal ein paar folgen mit der auflöse soll ich das an wie war ich habe mich noch dahinter warte ich kämpfe ja aber du kannst den rand des bildschirms sehen wie weit kannst du sehen sagt mir mal habe ich mich da hinstellen ich glaube du verschwindest dann aber aber ich sehe oben rechts das gebäude und noch weiter rechts eigentlich aber von oben ist die ganz gerade das was nicht weiter hoch geht also siehst die safari zu die mit dem schild hier ja ich sehe noch weiter ich sehe die laterne und dann auch rechts daneben den eingang darunter warte da muss ich sekunde bleibt mal da stehen wo du bist falls der kampf vorbei ist aber du bist du tauchst nur auf bis zu einer gewissen entfernung ja ja aber schon wer stand da unten im gras habt ihr ja gesehen und er hat gesehen bis richtig damit müssen auf jeden fall ein paar folgen kommen ja aber du verschwindest in der mitte auf einmal ich kann nicht so weit gucken weil das die das spiel dann gab es schadigerweise was hast du euch die arena geschafft mit einem kam meint gar die war mit einem agron und ein flyer hin und wieder konnte bannett tatsächlich eine schattenklaue rausholen ich will nicht mehr bist du gerade kohle ist gerade verreckt muss jetzt noch mal die ganzen trainer machen alle willst du für die liga vielleicht kannte pokémon mitnehmen wie davon schon wer ich kann meine eigene pokémon mitnehmen er hatte weil die jota pokémon aber selbst in jota hast nicht deine eigenen jota pokémon benutzt ja aber wenn jota pokémon sind einiges höher gelevelt als damals weil ich jetzt kommen die ausreden ich muss ja auch ein rad franz auf dem 80 trainieren und meins war shiny da war viel schwerer ja eigentlich wie viel ich schon gemacht habe ja mega auf level 90 da rechts ist angie und randy im weg natürlich kriegst du mich die buche das sind zwei drei am weg ich laufe auf dem wasser ja aber du hast ja auch so komische hippie jahre wie der casus ich kann mich hier nicht bewegen okay man kann im hideout nicht auf einem arcani tanzen ich bin noch nicht so weit wie du noch wie du hast du hast du eine aufnahmesession mehr als ich du hast das hideout noch nicht ich hab schon die arena in moosbach city gemacht warte ich sag doch du hast eine komplette aufnahme session mehr was muss schon wir jetzt machen der muss dass die wahrheit schon wer ich glaube das team aqua hideout macht man vor dem pyro berg du hast das schon gemacht pyro berg habe ich schon gemacht ja aber ich glaube das ist halt auch schon gemacht wenn er weg bekommt die da waren glaube ich da ich muss die trainer gerade auch noch mal machen leute vergifte ich bin in einem labyrinth gelandet wo bist du allerdings bin ich im pyro berg habe ich jetzt kein mensch mehr das ist interessant als der pyro berg selbst ich bleib hier ich wohne jetzt hier ich mache jetzt nix anderes mehr ich bleib jetzt hier stehen ja gut ich gehe jetzt in hier lilly kaufens pokis ender scheiß auf flucht sei es mir die tale ist das ganze powertrick ein Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch... Au! 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 Nice. Ah, ist gut. Ja... Okay. Das ist nicht eigentlich, wie der Humor-Roll einfach gehen sollte. Nein. M-m. Schon, wir schon mehr... Doch, der Moment ist... Ich heil mich im Poker Center hier, weil... Genau, jetzt kommt natürlich... Weil du warst noch nicht in Moosbach und könntest mit dem Fluchtseil zurück. Fuckin' hier, Afaric. Zum Beispiel. Hallo? Ich frag mich, wie das mit dem Fluchtseil funktioniert. Du machst so ein Lasso, schießt das so hoch gegen ein vorbeifliegendes Latios, so um den Hals, das struggelt dann und fliegt sich dann dahin und du landest schön, während das auf dem Boden kracht und stirbt, weil es halt so, äh, hier am Hals und so, ne? Richtig. Richtig. Das musst du aber animieren. Nein. Ich geb dir sogar die, die, äh, Geräusche dafür. So, das reicht's. Das reicht's. Nun wird nicht in A.M. D. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017